KUTAN Immobilien, wenn es um den professionellen Verkauf oder Vermietung Ihrer Immobilie geht. Erstklassiger Service, hervorragendes Know-how, Seriosität, Kompetenz und Leistung. Seit über 25 Jahren, für tausende von Kunden, meine Nummer 1. In Mannheim, Ludwigshafen und Bad Dürkheim. KUTAN Immobilien. Die Stadt Heidelberg erhält am 8. Juli 2014 den E-Town Award. Die vom Unternehmen Google und das Institut der deutschen Wirtschaft Köln initiierte Auszeichnung würdigt mit diesem Preis die zehn digital erfolgreichsten Städte Deutschlands. Dazu Heidelbergs Oberbürgermeister Dr. Eckhard Würzner. Wir freuen uns, dass wir eine Auszeichnung bekommen für den sogenannten E-Town Award. Es geht vor allem darum, inwieweit Unternehmen und auch Städte das Internet als Wachstumsmotor sehen. Viele Informationen natürlich auch die Positionierung ihrer Unternehmen über das Internet realisieren. Und wir freuen uns, dass wir dazu eine Auszeichnung bekommen vom Deutschen Institut für Wirtschaft. Also Punkt 1 ist Heidelberg ein absoluter IT-Standort. Wir haben natürlich auch gerade durch die Nachbarschaft mit SAP, mit SAS viele große Unternehmen, die im Bereich des Internets große Erfolge zeitigen. Gleichzeitig setzen wir aber auch als Stadt sehr stark auf dieses Medium, wenn wir Informationen weitergeben wollen an die Bevölkerung, wenn wir Bürgerbeteiligungsprozesse ernst nehmen wollen, müssen wir heutzutage solche modernen Medien nutzen. Und das machen wir sehr intensiv. Und ich glaube, das ist auch mit einem Grund, weshalb wir die Auszeichnung bekommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017